fragst du dich im öfteren ob deine empfindlichkeit und überempfindsamkeit die folge der traumatisierung ist ist denn hochsensibilität die folge von traumatisierung oder ist es ja ein vererbbarer empfindung und symptomfeld genau darüber wirst du viel mehr aus diesem video erfahren und ich bin gabriella psychologische beraterin und körpertherapeutin und jetzt freue ich mich einfach hochsensibilität kann für menschen mit entwicklungs trauma vulnerabilität und wenig stressresilienz zu einer großen herausforderung werden in einer überstimulierenden welt in der unsere sinne konstant von reizen überflutet werden ist es wichtig sich selbst zu schützen und strategien zu entwickeln und mit dieser überstimulation umzugehen lass uns erst ansehen was hochsensibilität und hochsensibilität als traumafolge unterscheidet hochsensibilität ist eine angeborene persönlichkeitseigenschaft die es menschen ermöglicht ihre umwelt besonders intensiv wahrzunehmen menschen mit hochsensibilität nehmen reize wie geräusche gerüche und emotionen besonders intensiv wahr und verarbeiten sie auf tiefgreifende weise sie sind oft feinfühlig empathisch und haben eine hohe sensibilität für stimmungen und zwischenmenschliche dynamiken hochsensibilität das traumafolge hingegen entsteht durch traumatische erfahrungen in der kindheit oder im erwachsenenalter menschen mit trauma erfahrungen können ebenfalls eine erhöhte sensibilität entwickeln jedoch ist diese oft mit einer überstimulierung verbunden die traumatischen erlebnisse haben das nervensystem überlastet und die fähigkeit zur regulation von emotionen und stress beeinträchtigt werden menschen mit angeborener hochsensibilität ihre sensibilität oft als bereicherung empfinden und lernen damit umzugehen kann hochsensibilität als traumafolge zu einer großen belastung werden die überstimulierende welt kann für sie eine permanente herausforderung darstellen und zu einer anhaltenden überforderung führen ein weiterer unterschied besteht darin dass menschen mit hochsensibilität oft von natur aus eine höhere resilienz aufweisen und besser in der lage sind mit stress umzugehen menschen mit hochsensibilität als traumafolge hingegen haben oft eine geringere stressresistenz und sind anfälliger für überstimulierung und reizüberflutung menschen mit hochsensibilität als traumafolge können aufgrund ihrer erhöhten sensibilität besonders empfindlich auf äußere reize reagieren laut der polyvagal theorie von steven porches ist bei traumatisierten menschen das autonome nervensystem oft chronisch in einem übererregten zustand hypervigilanz vielleicht sagte das auch was dadurch sind sie ständig auf der suche nach bedrohungen und reagieren sensibler auf potenzielle gefahren diese übererregung kann zu angstzuständen panikattacken und eine generelle überforderung führen zusätzlich zu den physischen reizen kann auch die emotionale ebene eine große rolle spielen menschen mit hochsensibilität als traumafolge haben oft schwierigkeiten ihre eigenen emotionen zu regulieren und sich von den emotionen anderer menschen abzugrenzen sie sind besonders empfänglich für die stimmungen und gefühle ihrer mitmenschen und können diese unbewusst aufnehmen und auch übernehmen dadurch können sie sich leicht überwältigt fühlen und schwierigkeiten haben ihre eigenen bedürfnisse und grenzen zu erkennen und diese auch zu kommunizieren ja und wie funktioniert unser gehirn bei hoch sensibilität und trauma bei menschen mit hoch sensibilität und trauma funktioniert das gehirn oft anders als beim menschen ohne diese erfahrungen und jetzt lernst du drei gemeinsame besonderheiten kennen durch die überstimulierung und die damit verbundenen intensiven emotionen und reize kann das gehirn überfordert sein und reagiert häufig mit einer erhöhten aktivität des limbischen systems das für die verarbeitung von emotionen zuständig ist das limbische system ist ein teil des gehirns der eng mit dem autonomen nervensystem verbunden ist das wiederum für die regulation von körperreaktionen wie herzschlag atmung und verdauung verantwortlich ist bei menschen mit hoch sensibilität und trauma kann das autonome nervensystem besonders sensibel auf reize reagieren und leicht aus dem gleichgewicht geraten zudem können menschen mit entwicklungstrauma eine erhöhte aktivität im sogenannten amygtala haben der ort unseres emotionalen gedächtnisses im limbischen system die für die verarbeitung auch von angst und stress zuständig ist dadurch können sie schneller und intensiver auf bedrohliche oder belastende situationen reagieren eine weitere besonderheit bei menschen mit hoch sensibilität und trauma ist die veränderte aktivität im präfrontalen cortex dem teil des gehirns der für die regulation von emotionen impuls kontrolle und planung zuständig ist durch das trauma können die verbindungen zwischen dem präfrontalen cortex und anderen teilen des gehirns gestört sein was zu schwierigkeiten bei der emotions regulation und der kontrolle von impulsiven verhaltensweisen führen kann vielleicht stellst du dir aber auch die frage ja gibt es den gemeinsamkeiten zwischen hoch sensibilität welche angeboren ist und hoch sensibilität welche durch trauma erworben wurde ja ich habe für dich fünf gemeinsame merkmale zum einen die überstimulation sowohl hoch sensiblen menschen als auch menschen mit trauma reagieren oft empfindlich auf übermäßige reize sie können schnell überwältigt werden von lauten geräuschen grellem licht oder starken gerüchen diese überstimulation kann zu angst panikattacken oder rückzug führen zum zweiten die emotionalität hoch sensible menschen und menschen mit trauma haben oft starke emotionale reaktionen sie können intensivere gefühle wie angst traurigkeit oder wut erleben diese emotionale reaktivität kann zu emotionale erschöpfung oder schnelle überforderung führen zum dritten die empathie hoch sensible menschen und menschen mit trauma haben oft eine hohe empathie fähigkeit sie können sich leicht in andere einfühlen und deren gefühle intensiv wahrnehmen dies kann dazu führen dass sie sich schnell überfordert fühlen wenn sie mit den emotionen anderer konfrontiert werden und dann ist ja die hypervigilanz da das stetige überstimuliert sein hoch sensible menschen und menschen mit trauma sind oft hypervigilant also ständig auf der hut von möglichen gefahren sie können schnell und intensiv auf reize aus ihrer umgebung reagieren da sie gelernt haben dass diese eine potenzielle bedrohung darstellen könnten diese hypervigilanz kann zu einer dauerhaften anspannung führen und zu fünft zuletzt die sensibilität für feine nuancen hoch sensible menschen und auch die betroffenen mit trauma haben oft eine erhöhte sensibilität für feine nuancen in ihrer umgebung sie können subtile veränderungen in der stimmung anderer menschen wahrnehmen oder feine details in ihrer umgebung bemerken diese sensibilität kann dazu führen dass sie sich schnell überfordert fühlen wenn ihre umgebung chaotisch oder unvorhersehbar ist und jetzt kommen wir zu den wechselwirkungen zwischen hoch sensibilität und trauma denn du hast sicherlich schon öfters die frage gestellt ja was gab denn eigentlich zuerst das trauma oder die hoch sensibilität es ist im öfteren möglich dass hoch sensibilität und traumafolgen sich gegenseitig verstärken und eine komplexe wechselwirkung entsteht diese dann das individuelle erleben und die bewältigung von reizen und stress beeinflusst menschen die hoch sensibel sind tragen oft eine besondere verletzlichkeit in sich das kann einerseits eine wunderbare gabe sein die es ihnen ermöglicht die schönheit der welt in all ihren facetten zu erkennen andererseits kann es aber auch eine große herausforderung darstellen vor allem wenn sie gleichzeitig mit einem trauma konfrontiert sind menschen die bereits traumatische erfahrungen gemacht haben reagieren oft besonders sensibel auf äußere reize sie sind empfindlicher für lauter geräusche licht hektische bewegungen diese überstimulation kann zu einer starken stressreaktion führen die sich wiederum negativ auf das psychische wohlbefinden auswirkt und auch umgekehrt kann hoch sensibilität das risiko für die entwicklung eines traumas erhöhen hoch sensible menschen nehmen nicht nur äußere reize intensive wahr sondern auch ihre eigenen emotionen sie sind empfänglicher für negative erfahrungen und können diese tief in sich aufnehmen dadurch sind sie anfälliger für traumatische ereignisse und können diese auch intensiver erleben nun und der umgang mit hoch sensibilität bei gleichzeitige traumatisierung die erste aufgabe ist zugleich auch die schwierigste annehmen wie man ist das annehmen wie man ist ist erst dann möglich wenn wir das erkannt haben warum wir diese symptome haben und wenn wir das erkennen und auch das dass wir dafür nichts können fällt uns vielleicht das annehmen etwas leichter denn die selbstannahme ist der schlüssel für die selbstfürsorge und auch dafür dass wir mit der zeit ein selbst mitgefühl entwickeln und rein praktisch was kannst du ab sofort tun natürlich gewisse stress bewältigungstechniken aneignen erlernen von resilienzstrategien und auch im alltag persönliche ruhe oasen integrieren in denen man abschalten und zur ruhe kommen kann das kann beispielsweise bedeuten regelmäßig zeit in der natur zu verbringen yoga oder meditation zu praktizieren wohlbemerkt traumasensitiv oder einfach nur bewusst momente der stille zu suchen darüber hinaus ist es hilfreich grenzen zu setzen und sich selbst zu erlauben nein zu sagen wenn man sich überfordert fühlt es ist wichtig dass menschen mit hoch sensibilität und trauma folgen lernen auf ihre bedürfnisse zu achten beziehungsweise ihre bedürfnisse zu erlernen zu erkennen und dann sie zu schützen zusammenfassend gebe ich dir gerne als meine persönliche botschaft mit es ist wichtig zu beachten dass hoch sensibilität und hoch sensibilität als traumafolge individuell unterschiedlich ausgeprägt sein können nicht alle menschen mit hoch sensibilität haben traumatische erfahrungen gemacht und nicht alle menschen mit trauma erfahrungen entwickeln langfristig eine hoch sensibilität ich bin ganz gespannt was du aus diesem video für dich erkennen konntest und ob du noch vielleicht fragen hast wenn es so sei dann bin ja freue ich mich schon auf deine kommentare und wünsche ich dir jetzt eine gute zeit und alles liebe gabriela ja ja ja